Wenn ihr Fahrgemeinschaften bildet und anfangt eure Pilates-Trainer flachzulegen, um die Leere in eurem Leben zu füllen. Mal sehen, wer dann zuletzt lacht. Meine Mutter ist hier aufgewachsen, in diesem alten Haus auf dem Hügel. Was? In dem Geisterhaus? Ist deine Mutter Lydia Dietz? Unglücklicherweise, ja. Sie ist eine Legende. Die Lebenden, die Toten, können sie koexistieren? Das ist meine Chance. Geister gibt es nicht. Nur leichtgläubige Menschen, die auf diesen Mist reinfallen. Ich kann nicht fassen, dass ich das tue. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice! Du musst mir helfen, meine Tochter zu retten. Aber woher weiß ich, dass du dein Wort halten wirst? Ich wäre bei der Seele meiner Totenmutter. Bob, du und die Jungs, ihr haltet Wache. Hier kommt niemand durch. Alle drei Stein. Gehen wir hierchen. Erkennst du diese Mädchen? Habt die Tusschen noch nie im Leben gesehen? Oder im Leben danach? Yes! Ziehen wir das jetzt durch? Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Mein Typ wird oben verlangt. Bob, nicht den Kopf verlieren. Konzt euch aus. Wer von euch liegt vor? Alles klar, dann ich. Seht ihr, sogar ich kann mich durch öffnen. Ich schwöre, das Jenseits ist so random. Du bist das Ding aus meinem Traum. Ich bin eher der Stoff aus dem Eidreifersinn. Sich dem Ungewissen stellen, seine Ängste überwinden. Es gibt nichts Schwiereres. Red, Red! Beetlejuice! What the f**k? Ihr seid vor Ort, dass ihr so zahlreich zu diesem besonderen Anlass erschienen seid. Aber nun hätten wir gerne ein wenig Privatsphäre. He?